Ein Schiff mit rund 1700 Menschen aus dem Sudan läuft im Hafen der saudiarabischen Stadt Jida ein. In Jordanien landet ein Flugzeug, das ebenfalls zahlreiche Ausländer aus dem afrikanischen Land in Sicherheit gebracht hat. Im Sudan gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und einer abtrünnigen Miliz weiter, trotz einer zwischenzeitlich ausgerufenen Waffenruhe. Am schlimmsten war der Lärm der Bomben und der Kampfflugzeuge, die über unser Haus hinweg geflogen sind. Die Kinder waren total verängstigt. Sie haben sich sehr gefürchtet und deshalb haben wir darum gebeten, nach Jordanien ausgeflogen zu werden. Die Situation in dem afrikanischen Land beschäftigt die UNO. Der Machtkampf im Sudan gefährdet nicht nur die Zukunft des Landes. Er setzt eine Zündschnur in Brand, die auch andere Länder zum Explodieren bringen kann. Das könnte eine jahrelange Leidensgeschichte nach sich ziehen und die Entwicklung um Jahre zurückwerfen. Eine Verhandlungslösung ist derzeit nicht in Sicht. Der deutsche Volker Pertes ist UN-Sonderbeauftragter für den Sudan. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass irgendeine Seite bereit wäre zu ernsthaften Verhandlungen. Beide Seiten denken, dass ein militärischer Sieg für sie möglich ist. Der UNO zufolge wurden seit Beginn der Kämpfe vor fast zwei Wochen mindestens 450 Menschen getötet. Der UNO zufolge wurden seit vulnerable Monaten mit der Welt verhindert. Der UNO zufolge wurden seit 20 Jahren dazu verhindert. Nor ist die Frage, dass das Einfluss mit der Welt verhindert. Über die Welt verhindert hat sich erinnert. Vielen Dank.